Uttitabhujottanasana ist eine Bezeichnung für den Kibitz. Ausgangsposition ist die Stehhaltung. Von hier gibst du die Füße etwa 50 bis 70 cm weit auseinander, gibst die Hände hinter die Fersen, du beugst die Ellbogen, setzt die Oberschenkel über die Oberarme und verschränkst die Fußrücken. Das ist Uttitabhujottanasana. Uttitabhujya heißt die aufgerichteten Schultern und Uttanasana heißt wiederum die Stehhaltung. Du bist also im Stehen bei aufgerichteten Schultern. Oder man könnte auch sagen, du stehst auf den Händen und hast die Oberschenkel über den Oberarmen. Diese Stellung stärkt die Arme und die Knie und hält den Fluss von Appanavayu normal. So sagt es mindestens Swami Yogeshwarananda Paramahamsa in seinem Buch First Steps to Higher Yoga. das histoire und Vielen Dank.